Hallo, es ist wieder an der Zeit, dass viele Feste anstehen, ob jetzt der Kommunion, Taufe, Hochzeit, Jubiläen, Firmungen, Konfirmationen und dazu hätte ich euch hier gezeigt einen Vorschlag für eine Tischdekoration. Und zwar ist es eine kleine Girlande, die man natürlich auch vergrößern könnte, mit Blüten, Blättern, Schleifen und das wäre ein Vorschlag von mir. Vielleicht möchtet ihr erfahren, wie das ganz einfach eigentlich zu machen ist, weil es günstige Blumen sind, kann man es natürlich jedes Jahr zu jedem Fest wieder benutzen. Man kann auch eine ganz lange Girlande machen für eine große Tafel, für etwas Kleines, ein passendes Kreuz für den Teller oder einen Fisch, könnte ich euch auch zeigen, wenn ihr Spaß daran hättet. Und das wäre mein Vorschlag für eine wunderschöne Tafel zu einem wunderschönen Fest. Ich danke euch. Tschüss.